Der 1632 geborene Baruch de Spinoza entstammte einer jüdischen Immigrantenfamilie, die aus Glaubensgründen von Portugal nach Amsterdam gekommen war. Wegen seiner Anschauung exkommunizierte ihn die jüdische Gemeinde 1646. Der Atheismusvorwurf hinderte ihn auch daran, einer Berufung der Universität Heidelberg zu folgen. Er zog es vor, in den relativ liberalen Niederlanden zu bleiben. Erst einen Tag vor seinem Tod ließ er das Manuskript seines Hauptwerkes der Ethik seinem Verleger zukommen, der es posthum veröffentlichte. Spinozas Hauptwerk besteht nach geometrischer Methode aus Definition, Aktion, Beweisen und Anmerkung. Seine Philosophie erweist sich als ein Lösungsangebot für den kartesianischen Dualismus. Descartes nahm zwei strikt voreinander getrennte Grundsubstanzen an, nämlich Materie und Geist. Hingegen ging Spinoza von einer einzigen Substanz aus, der unendlichen göttlichen Substanz, die in unserem Modell durch die Kugel veranschaulicht wird. Diese kann der Mensch nur in den zwei unendlichen Ausdrucksformen Materie und Geist erkennen. Blick der Betrachter unseres Modells durch das linke Fenster wird das materielle Ausgedehnte auf der Kugel als Menge kleiner Partikel auf der Kugelfläche sichtbar. Durch das blaue Fenster erscheint nur das Geistige, Denkende. Es wird durch die Fülle vieler verschiedener Formen und Zeichen symbolisiert. Normalerweise haben wir jedoch nicht das Gesamte im Blick, sondern sehen nur einzelne Teile, so wie die einzelnen Spiegelscherben nur Teilzustände der Kugel zeigen. Zur Eigenschaft der Ausdehnung gehören die zwei Grundmodi Gestalt und Bewegung, für welche die Spiegelflächen und die sie umgebenden Linien stehen. In Bezug auf die Eigenschaft des Denkens wiederum repräsentieren die Flächen den Grundmodus der Idee und die Linien den Modus des Willensaktes. Alles im Ganzen zu erkennen, heißt somit, die Beschränkung der Eigenschaften aufzuheben. Spinoza löste außerdem die Grenze zwischen Gott und Natur auf. Gott sei die schaffende Natur. Er folgerte, dass der menschliche Geist Teil des göttlichen Verstandes sei, was einem Angriff auf die Individualität und Willensfreiheit gleichkam. Frei ist laut Spinoza, wer aus der Notwendigkeit seiner eigenen Natur existiert und nur durch sich selbst zum Handeln gezwungen wird. Dabei setzt er die eigene menschliche Natur mit der Begierde gleich, das heißt mit dem natürlichen Streben, das den Selbsterhaltungstrieb bewirkt. Als Rationalist vertrat Spinoza die Erkenntnis aus dem Verstand heraus, die automatisch zur Tugend führe. Wer die Vernunft gebraucht, könne den Umgang mit seinen Leidenschaften erlernen und sich tapfer, stark und edelmütig verhalten. Das richtige Sehen bedeutet für ihn immer auch, es zu lieben. Daher gipfelt nach Spinoza die höchste Erkenntnis der von ihm so bezeichneten intellektuellen Liebe zu Gott. Und 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 Vielen Dank.